Komm wieder zurück, dreh den Oberkörper nach rechts, komm wieder zurück und roll nach oben hoch. Hier oben angekommen, heb mal das Brustbein nach oben, komm in die Überstreckung und dann bring dich wieder in neutral und roll dich noch einmal wieder nach unten ab. Kipp das Becken. Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr das Tempo erhöhen. Auf geht's und wechsel, wechsel und zieh ran und zack, zack und ran. Jawohl, noch einmal jede Seite und wechsel, wechsel, zieh ran. Sehr schön, sammle das Bein wieder ein und denk dich maximal in die Länge, in den Twist. Und dann bleib auf deiner linken Seite, komm, beug diesen Unterarm, komm auf deinen Unterarm und heb deine Beine etwas an. Wir machen hier Scissors und kreuz vor und drück. Eins, zwei, drei, vier, vier, drei, zwei, eins. Komm hoch und komm hoch.